Sie möchten das Kochen in der Mikrowelle üben und dann, wenn Sie übungstechnisch perfekt sind oder schon mal ein bisschen mehr gekocht haben in der Mikrowelle, ein bisschen weiter mitmachen, dann bieten wir Ihnen ein Angebot an, MikroCook Kombi. MikroCook Kombi hat hier die Möglichkeit, zwei Produkte zum Preis von einem. Für 74,90 Euro bekommen Sie den normalen MikroCook 2,25 und als gratis Geschenk sozusagen unsere allseits bewährte Mikrokanne. Die Mikrowellenkanne ist so das Einsteigerprodukt für die Mikrowelle, um das Ganze hier drin mal austesten, was ich hier drin kochen kann. Im Innenleben und außen habe ich eine Skala bis ein Liter, kann ich hier drin abmessen und einen Deckel. Den kann ich einmal draufsetzen, dass er komplett verschlossen ist. Wenn Sie sagen, Sie möchten zum Beispiel Sachen hier drin wie ein Reis, wie Kartoffel und dergleichen garen, wie auf dem Herd, Deckel drauf. Sachen, die mit Milch sind, dann setzen Sie den Deckel, Sachen mit Milch lassen Sie den Deckel ab, damit es zum Beispiel nicht überkocht. Und wenn Sie sagen, es soll ein bisschen Dampf entweichen, lässt sich der Deckel auch hier so verschließen, dass man sagt, hier kommt Flüssigkeit mit raus. Und zum Rausnehmen einfach draufsetzen den Deckel und dann kann man auch hier die Soße ausgießen und nachher wieder auf den Tisch stellen. Unsere Mikrowellen-Cook-Karne hat ganz verschiedene Varianten. Ich sage Ihnen jetzt mal zwei Stück, die ich nicht mehr missen mag. Pudding hier drin kochen in der Mikrowelle, kann selbst auch das Kind hier mit mitmachen und vor allem es schmeckt auch noch lecker. Natürlich für die Erdbeersaison, die dann wieder im Mai mit anfängt. Für den Erdbeerkuchen brauchen wir Tortenguss hier drin gegart, kleinere Mengen Reis, Hellkartoffel oder dergleichen lassen sich hier in der Mikrowellen-Cook-Karne sehr gut herstellen. Weitere Rezepte gibt Ihnen gerne Ihre Beraterin zur Verfügung, damit Sie Ihre Mikrowellen-Karne einsetzen können. Hiermit üben wir und wenn Sie dann ein bisschen wützeln und sagen, jetzt könnte ich mich ein bisschen mehr herantrauen oder Sie haben mehr Inhalt, gehört zu diesem Angebot der große 2,25 Mikrowellen-Cook dazu. Sie haben auch hier einen weißen Deckel. Der weißen Deckel bietet Ihnen die Möglichkeit, einen fest verschlossenen Deckel hier draus zu machen, um das Aufbewahren im Kühlschrank zu gewährleisten. Sie können auch hier drin transportieren und genauso hier drin einfrieren. Wenn Sie es in die Mikrowelle reingeben, nach dem Einfrieren, ganz wichtig, dass der weiße Deckel durch diesen türkisfarbenen Deckel ersetzt wird und dann können Sie hier drin auch hier mit einfach nur erwerben. Natürlich auch größere Mengen an Reis, an Gemüse hier drin zu garen oder vielleicht dann einfach mal ein anderes Rezept. Da gibt es ja ganz verschiedene Rezepte, die Sie zum Beispiel zaubern können. Einfach mal ran trauen und Ihre Beraterin nach den Rezepten mit tragen. Sie dürfen sie natürlich zum Reinigen in die Spülmaschine reinstellen oder Sie reinigen es mit der Hand, wie es Ihnen lieber ist, mit unseren normalen Multitüchern. Und dann können Sie hier Ihre Mikrowellen kochen, üben und hier das Ganze mit ergänzen. Sie sparen sich den Preis von der Mikrowellen-Cookkanne. Ich wünsche Ihnen viel Spaß zum Üben und Kochen in der Mikrowelle.